Es ist ja unglaublich. Sie haben ja schon dreimal die goldene Kamera gewonnen, wenn ich richtig gezählt habe. Und das erste Mal 1976. Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, natürlich. So etwas vergisst man nie. Aber es ist tatsächlich schon die vierte, die ich bekommen habe. Nein. Ich habe nämlich eine in Österreich bekommen, als es noch die Hörzüge in Österreich gegeben hat. Die will ich nicht vergessen. Das ist ja sensationell. Und wenn Sie so mal die Anfänge vergleichen, jetzt mit diesem Rummel, der hier los ist. Was geht da Ihnen vor? Was denken Sie da? Also Rummel war hier immer. Die goldene Kamera war immer ein Fest für unsere ganze Branche. Wir sind immer hier sehr gefeiert worden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal eine Veranstaltung mitgemacht mit dem Gemahl der englischen Königin. Da können Sie sich gar nicht vorstellen, was da alles los war. Toll. Dankeschön, Frank Elfner. Das gehört dazu. Das gehört dazu.